Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin hier, um deinen Kopf zu holen. Hier drin! Also wieder von vorn. Brot und Spiele. Riddick! Einer weniger. Drei weniger. Ihr wisst, wohin das führt. Feuer! Was geht hier eigentlich vor? Zeit abgelaufen. Ja, lass den Kerl von der Leine. Nein! Fürchtest du dich vor der Finsternis? Fürchtest du dich vor der Finsternis?